Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im letzten Jahr wurde ja unser Antrag zur betrieblichen Mitbestimmung abgelehnt. Ich sagte damals, wir bleiben dran an diesem Thema. Und deshalb legen wir heute einen Antrag zur Unternehmensmitbestimmung vor. Denn auch hier werden die weißen Flecken immer größer. Und auch die Unternehmensmitbestimmung ist in der Defensive. Und deshalb müssen wir auch hier gesetzlich nachbessern und Schlupflöcher schließen. Der politische Wille ist eindeutig. Das Mitbestimmungsgesetz von 1976 und das Drittelbeteiligungsgesetz formuliert klar, die Beschäftigten sind demokratisch an der Unternehmensspitze zu beteiligen. Und doch zeigen die Studien der Hans-Böckler-Stiftung ein anderes Bild. Mehr als 800.000 Beschäftigten werden durch juristische Tricks von der Unternehmensmitbestimmung ausgeschlossen. 2002 waren noch 767 Unternehmen paritätisch mitbestimmt. Heute sind es nur noch 635. Und eine Stichprobe zur Drittelbeteiligung hat ergeben, dass 56 Prozent der Unternehmen diese Pflicht ganz einfach ignorieren. Zu viele Unternehmen vermeiden die Unternehmensmitbestimmung durch die geschickte Wahl der Rechtsform. Sie nutzen vorhandene Rechtslücken, strategisch und bewusst. Und das geht gar nicht. Die Flucht aus der Mitbestimmung im Aufsichtsrat kann und muss gestoppt werden. Und das war übrigens auch Thema bei einem Symposium der Hans-Böckler-Stiftung im letzten Jahr. Und zu Gast war Ministerin Nahles. Sie sagte damals, die Unternehmensmitbestimmung hat Risse bekommen. Und sie sprach von Handlungsdruck. Aber schon zwei Wochen später wusste das Bundesarbeitsministerium davon gar nichts mehr. Ich hatte mit einer kleinen Anfrage nach der Situation bei der Unternehmensmitbestimmung gefragt. Die Antworten waren nichtssagend. Die Bundesregierung weiß nicht. Sie hat auch keine belastbaren Daten. Kann alles, Kollege, nachgelesen werden. Und auch der besagte Handlungsdruck wurde mit keinem Wort erwähnt. Vor diesem Hintergrund sind die Aussagen von Ministerin Nahles nichts anderes als eine Farce. Und das ist nicht akzeptabel. Ja, und weil der Bundesregierung jegliches Problembewusstsein fehlt, werden wir Grünen jetzt mit unserem Antrag zur Unternehmensmitbestimmung aktiv. Und zumindest vier Forderungen möchte ich ganz kurz ansprechen. Aldi Nord und Süd werden durch zwei Familienstiftungen gesteuert. Und darunter liegen Regionalgesellschaften, und zwar in einer Form GmbH und Co. KG. Und weil die Mitbestimmung weder bei Stiftungen noch die Drittelbeteiligung bei Kommanditgesellschaften greift, werden so 66.000 Aldi-Beschäftigten von der Mitbestimmung in Aufsichtsräten ausgeschlossen. Und das ist mit nichts zu rechtfertigen. Und deshalb wollen wir erstens Stiftungen, die Erwerbszwecke verfolgen, in die Unternehmensmitbestimmung einbeziehen. Und zweitens Kommanditgesellschaften, wenn der Komplementär keine natürliche Person ist, sondern eine Kapitalgesellschaft im Drittelbeteiligungsgesetz aufnehmen. Die Mitbestimmung muss an die veränderte Unternehmenslandschaft angepasst werden. Denn die heutigen Ausnahmen sind nicht fair und schon gar nicht gerecht. Drittens wollen wir die Konzernzurechnung, die ja heute nur für Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten gilt, auch im Drittelbeteiligungsgesetz verankern. Denn es gibt etliche Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, die sich gezielt in kleine Einzelteiten zerlegen, nur um die Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten zu umgehen. Und auch damit muss Schluss sein. Viertens. Es geht aber nicht nur um die Lücken bei der Mitbestimmung. 56 Prozent der Unternehmen, ich habe es schon gesagt, verstoßen gegen das Drittelbeteiligungsgesetz. Sie ignorieren rechtswidrig die Rechte der Beschäftigten auf Mitbestimmung. So entstehen rechtsfreie Räume, und das ist nicht akzeptabel. Und deshalb sind Sanktionen notwendig. Denn die Mitbestimmung muss nicht nur konsistent, sondern auch rechtssicher ausgestaltet werden. Sehr geehrte Regierungsfraktion, die Mitbestimmung hat sich auf Unternehmensebene bewährt. Sie ist ein wesentliches Element der sozialen Marktwirtschaft und hat einen nicht unerheblichen Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland wirtschaftliche Krisen meistern konnte. Jetzt könnten Sie eigentlich alle klatschen, denn das war die einzige konkrete und richtige Antwort der Bundesregierung auf meine kleine Anfrage. Und auch die Konsequenzen daraus müssten eigentlich klar sein, wenn Unternehmen die Mitbestimmung bewusst umgehen, wenn sie die Mitbestimmung rechtswidrig ignorieren, dann müsste das doch aufschrecken und eigentlich zum Handeln bewegen. Bei der Mitbestimmung müssen für alle Unternehmen die gleichen Rahmenbedingungen gelten und für alle Beschäftigten die gleichen Mitbestimmungsrechte. Und vor allem gehört zu einer funktionierenden Demokratie auch eine demokratische Teilhabe der Beschäftigten in Unternehmen. Und um diese Teilhabe auch in Zukunft sicherzustellen, müssen Sie, die Regierungsfraktion, endlich die Lücken bei der Mitbestimmung schließen. Die schönen Reden, die wir jetzt gleich bestimmt wieder hören, sind zu wenig. Handeln ist angesagt. Bekräftigen Sie den politischen Willen. Stärken Sie die Unternehmensmitbestimmung. Noch haben Sie Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Uwe Lagowski von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.